Ein Thema Schlagnuss. Want to beep actually? Dadurch kann es nur recht sein, dass der Medienrinnere im Vorhinein nicht ganz so gross ist. Seine Taktik filmen, viel erholen und dann wieder rechtzeitig bereit sein für das nächste Beeren. Guten Freunde, was da der Bauerhaus heute Morgen ist beim Lohnunternehmen in Niederösch. Wir wollen heute Nachmittag Schnitzelholz hacken und ich hole hier ein Gebläse und zwei Dosierwagen. Hinter mir ist der Dosierwagen, den ich dann hole. Aber zuerst hänge ich das Gebläse an. Hinten habe ich jetzt das Gebläse angehängt. Und warum hackt der Bauerhausi im Winterholz? Ja, das ist ich habe zu wenig Lagerraum um für den ganzen Winter genügend Schnitzel am Lager zu haben. Aber jetzt geht es los! Hinten 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 Hinten